Ja, ihr lest richtig. Das Video ist kein 2021 Jahres Best-Off aus FIFA 21 und FIFA 22, sondern ein Best-Off nur aus FIFA 21 Clips, da ich bis hierhin keine Zeit hatte, es fertig zu machen. Wer also jetzt noch Bock auf die besten und lustigsten FIFA 21 Clips hat, viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, ich habe so ein scheiß Tor gemacht. Du kannst, ich konnte nicht weiter reinlaufen, ich wollte eigentlich mitten ins Tor laufen, das ging nicht. Ich sagte, wie eine Wand. Deswegen habe ich gerade, der Ball war drin. Und jetzt kommt die Wand. Bup, da. Er rennt und rennt und rennt. Es geht nicht weiter in dieses Tor. Es geht einfach nicht weiter ins Tor rein. Kevin! Junge, du morst da! Du morst da! Da ist er! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich brühe schon wieder! Oh mein Gott, aber das ist mir noch nie in meinem Leben passiert! Was ist hier los? Ich, 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 ich kann es nicht fassen. Jetzt, meine Damen und Herren, da kommt es, da kommt es in voller Pracht. Jetzt können wir zoomen. Oh mein Gott! Also jetzt, jetzt kommt es. Wir laufen hier an. Wir haben gesehen, dass ich Schusstaste gedrückt habe. Das sehen wir jetzt hier glücklicherweise nicht mehr. So, so, da kommt der Ball. Ich will schießen. Er schluckt meine Schusstaste, stoppt sich den Ball nochmal und denkt sich, dann komme ich, mach mal hier. Ach, schießen! Bam! Oh mein Gott! Im Leben! Kein Tor! Kein... Das habe ich noch nie erlebt. Ey! In der Geschichte von FIFA habe ich das noch nie erlebt. Kein Tor! Unfassbar! Unfassbar! Er ist so dumm. Chad, ich spiele mit Sidney nicht mehr. Ich spiele, ich schwöre, wie kann man denn so dumm sein? Ja, okay. Oh, ich würde dich gerne Weakling spielen sehen. Damoletto. Oh, ne, 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 ne. Solution nimmt unsympathisch TV-Hops. Starr, quat! Cantona! Das Tod er hier in Cantona! Ffff! Oh, ffff! Was that? Bum! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Geh, wie geil! Geht das schon wieder los? Hä? Lol! Digga, dieses Spiel, ne? Ich weiß, wie ich's mache. Nein, nein, nein! Was passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Was passiert? Seeh mi? Oh mein Gott! Ich kann es nicht erklären. Okay. Klingt sehr intensiv. Ich kann es einfach nicht erklären, es gibt keine Erklärung dafür. Hier nochmal dieser Treffer. So, guckt euch das mal bitte an. Achtet, hier ist Vorteil zum Freistoß. Ich laufe weiter, heißt ganz normal nix. Der Gegner berührt mich nicht, gar nix. Einfach Elber. Achtet. Einfach Elfmeter. Und der Gegner bekommt hier eine rote Karte. Also diese vier Mann, ne? Das ist echt der Wahnsinn, muss man sagen. Das ist einfach zu krank. Einen hab ich nicht. Kein so richtig, ein Öl. Hallo? Moin. Ey Eli, wurdest du von deiner Schwester beim Wichsen erwischt? Nein. Erzähl mal die Story bitte. Das ist nicht Eli. Erzähl mal Eli. Ja, also das war so, ich war in meinem Zimmer. Ja. Und die kam rein. Und ich hatte den halt in der Hand. Und hab dann halt gesagt, ich hatte da Dreck dran. Was? Das hast du nicht gebracht. Doch, doch. Ey, Bro, ich hätt auch, hä, Digga, wie weird ist das, dass du, Digga, hast du nicht direkt die Hose hochgezogen? Nein, in der Fall in unserer Familie ist das normal. Nein, Amar, ich bin nicht Eli. Oh mein Gott, was? 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 Nein, halt Small. Der Fauchschmerz. Ah. Fuck. Oh. Oh. Wer macht die nicht? Wer macht die nicht? Ich schieße mal rüber. Der geht rein. Was für ein hummerer Sohne. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann, ey. Hab ich euch schon mal gezeigt, wie man Freistöße schießt? Oh mein Gott, Mann, ey, mein Gott. Was? Ah! Ah! Was sehe ich da? Was war das denn? Jaaa! Alter, was war der gut. Nein! 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 Er feucht ab! Ich hasse dieses Spiel! Was ist das jetzt denn? Was? 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 Kramaric Jetzt Jungs, clipp mal! Ach, das muss ich mal clippen, Digga, wie komisch die aussehen Ja, warte Jetzt für den Tor Boah, Sweaty, chill doch, Digga, das war halt auch ein guter Spieler Ey, davor haben wir die Raft gewonnen, macht doch nichts, Digga, eine Niederlage ist doch nicht schlimm Davor haben wir alle anderen davor rasiert Eine Niederlage passiert halt, weil es doch nichts schlimm ist Denkst du, du hast noch nie Klatsche bekommen, chill doch Warum steht es 0-1 für den Gegner? Hä? Es steht 0-1 für den Gegner? Warum steht es 0-1 für den Gegner? Warum steht es 0-1 für den Gegner? Nein Antony Martial Werner Must score Nein Der Shadow ist schon mehr wert als Jettlin Ja Ja Let's go, let's go Junge, Digga, was hat der Kiefer gemacht? Wenn's reicht, dann reicht's Nachspielzeit schon Und ein bisschen wird angezeigt Er pfeift einfach nicht ab, Digga, das ist so eine geskriptete Kacke Ich bin mal gespannt, wann der erste mit Son kommt Ich auch Ich bin mal gespannt, wann der erste mit Son kommt Ich auch Was denn jetzt? Ich hab doch grad das 1-0 geschossen Hä? Wieso hab ich einen Wurf? Hä? Was ist das denn? Okay Was war das denn? Ich hab doch das 1-0 geschossen Und der Gegner hat Pause gedrückt Wie gab's dann einen Wurf? Ultimativ ist Das ist sehr, sehr, sehr schwitzig Als wenn du um Elite spielen würdest Und so What the fuck macht Buffon? Davon erstmal ein Clip, bitte Das war ja sowas von klar Dass da Abteilchen wird Dicke Was? Hahahaha Quitte, ey Mach mal Dings, bitte, Jungs Mach mal bitte Dings Ey, das ist zu kraske, Mann Hahahaha Ey, was ist das? Ey, was ist das? Ich bin jetzt gespannt, was passiert 10 Minuten Nachspielzeit Hahahaha Noch nie gesehen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Jungs 10 Minuten Nachspielzeit einfach Abo 4 Sekunden Abo coefficient Next Time maybe Worte Hat Du das geschrieben? Hering AHHHHH Chancen für mehr, will ich mich verarschen? Guck mal, das ist doch niemals ein Vorbild, und guck mal, jetzt gibt er doch Gelb, guck mal, er gibt Gelb, er gibt einfach Gelb und dann steht da rote Karte. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen, da ist die Flanke, was macht der, was ist das? Was? Er ist so gut. Es ist wichtig, warum ich erste Fachgrundverpackung verkackt habe. Was? Scheiße, ich geh wieder raus. Hä? Hä? Jungs? Das könnte die Gelegenheit geben. Marcus Rushworth! Schlusspfiff in dieser Partie, die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Ich hab jetzt den Spohn in der morning! Was? 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! O mein Gott, Obert! Oh, holy shit! Habt ihr das gesehen? Oh, ich muss aber ganz dringend los. Oh, freund, 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 lol, war der Ball nicht im Tor? Ich bin wirklich machtlos, das Spiel ist seit der ersten Minute entschieden, dass ich das verlieren werde. Die Gegentore, die ich kriege, das letzte Gegentor war gut, aber die Gegentore davor, ich stelle mich perfekt, die Welle gehen durch meine Beine, ich habe gar nichts gedrückt, ich stelle mich mit mir dafür den Gegner. Ja, super, Flippo. Ach du Scheiße! Nächster Clip, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch richtig, gönnt euch hart. Clip mal. Der geht durch den Fuß! Der geht durch den Fuß! Dieses Game ist so bad! Das kann ehrlich was werden. Er hat noch Keeper ge... Oh mein Gott. Wenn noch einer fragt, Ali soll ein guter Keeper-Fragezeichen. Was? 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 Kann jetzt bitte jemand klippen? Das ist Elfmeter gewesen. Hier, grüße gehen raus an FIFA Deutschland. Erklär mir das wieder. Selbes Ding. Ich schwind den Ball. Da, hier. Dafür gibt es Elfmeter. Boah, Valverde, du bist zu krass, ne? 1,8 Millionen Aufrufe, das ist so krass, ne? Oh, er ist überall. Auch er ist. Oh, er ist mehr gegen seinen Kampen. Oh, das ist ein Gag. Ein Gag, ein Zuell. Oh mein Gott. Akin Fenrad. Was geht ab? Wait. 7,8? Lol, habt ihr das gerade unten auf dem Ding gesehen? Ich dachte gerade eben, ich liege hinten mit einem Tor und hätte es vergessen. Ist das der Ausgleich? Hol sich den Ball im eigenen 16er. Alles wieder aus. Bitte. Lol. Ja, ja. Ganz wild. Hallo? 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 Ich kann nicht identifizieren, wer das ist, Digga. So eine schlechte Stimme. Ist da der Ellie? Hallo? Ist da der Ellie? Digga, ich kann nicht identifizieren, wer das ist, ne? Bist du blöd? Hallo? Ist da der Ellie? Ja, ist Medi. Hi, Medi. Ja, ist Medi. Hallo? Na, Jungs? Alles klar, oder was? Digga, es ist Monte. Was ist das denn? Wie kannst du denn deine Stimme verstellen? Alter, wo ist mein Abwehrhidden-Spiel? Wo ist die Abwehrhidden? Ich hab für ihn! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, 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 ach! Man, man, nicht. Hä? Hä? Was passiert hier? Wo geht der? Ah! Ah! Hä? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert? Wie geht's? Wie geht's? Hä? Wo geht's? Ich seh den nicht mehr bei mir! Hä? Was nimmt den für'n Anlauf? Was ist das? Der geht einfach nicht! Ui, was war das? Hä? Ey! Seht ihr das? Weil Ronald hat keine Hose. Moin! Willkommen FIFA Deutschland. Der Moment, wenn ihr das noch keinen Bock habt, dass du im letzten Spiel die nächste Stufe in 4 Champions erreichst. Digga, was? 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 Ey! Ey! Was ist das? Ich krieg nen Anfall! Ich schwör, Freunde, bitte! Grünes Time, Finish. Guckt euch mal an! Guckt euch mal an! Aber Lefty spielt... Ach ja, doch, doch, doch! Er spielt diesen Anschluss. Okay, gegen Lefty. Alex. Guckt euch mein Pferd an! Fette Eier! Ja! Ja! Nein, der hat ein Gegentor kassiert! Vier? Vier? Es steht 3-1! Nein! Hä? Ach so! Dein Pferd! Dein Pferd! Kaskar meinst du? Ja, er liegt hinten, Mann! Ich hab die Farbe verwechseln! Ja! Netfett! Wichtig! Sehr schönes Tor! Abpfiff! Scheri, pfeif einfach ab! Lass es gut sein! Boom and so! Ja, Mann! Richtig! Netfett, Digga! Mit dem schwachen Fuß sogar! Und jetzt geht's weiter hier! Voller Angriff! Motorenangriff! Netfett! Netfett! Drünn das Ding! Netfett! Du bist die beste Icon! Ich hab dich doch immer geliebt, mein Sohn! Du bist mein Sohn, Junge! Schaut ihn euch an! Pavel Netfett! Du kleiner Hurensohn! Dieses verdreckste Game! Ich bin so sauer! Du scheiß Wollsohn! Arschloch! Raus! Playstation aus! Ich spiel das Spiel! Nie wieder! was?! Bitte, was?! Hä?! Digga! Wo ist meine Mannschaft?! Oh mein Gott! O mein Gott! Digga! Was macht meine Mannschaft, Mann?! Ja, der Schuss jetzt. Na ja, lenken ist scheiße, ne? Hä, das Tor! Er war drin, er war drin! Er war drin! Hä, er war drin! Was sind denn? Vitor! Ey, der ist doch vorbei! Digga, dieses Spiel ist so schlecht! So schlecht! Kein Pass kommt an, nichts funktioniert! Ja, hier, D-Day Sports, genau das ist es, Chat! Es ist ein nicht ernstzunehmenbares Spiel. Genau so fühlt sich das nämlich hier auch gerade an. Ich wusste nicht, dass man im Liegen neuestens schießen kann. Ich glaube, dann war's das! Der Ball kommt rein! Den Ball kann er klären! Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden! Das ist der Ausgleich! Ist es denn zu fassen? Gefährlich! Ich versuchte es verlobbar! Sensationelles Tor! Was für eine Szene! Enke kommt den 16er! Wow! Wow! Look, look, look! Look, look! Riesenglück! Rettungszahler! Riesenaktion! Auf der... Priatnerfahrer! Sorry, mit vollem Mund! Diesmal nicht! 52 zu teuer? Ich habe als Xbox 77! Let's go! Oh, 20k mitgemacht! Ich hab den nur an... Ich hab den nur angenommen! Guck jetzt! Khatar! Ich... Ich... Wir sind hier im fettesten Hotel von Dubai! Was läuft? Was läuft? Was läuft? Ich bin's Khatar! Wir sind hier im fettesten Hotel von Dubai! Ich glaube, wir hatten mal einen Kommentator... Also ein paar Spieler... Der hätte mal Kordoba gesagt... Warte, was? Ja, tötet die Fliege! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Junge! Der macht meinen Augen kaputt! Ja, drin ist der Weiler! Ja, drin ist der Weiler! Jawoll! Hast du das auch mit Lukas? Was? What the fu... Oh my god! Chat! Nein! Ey! Oh, Walker! Skill-Monster! Skill-Monster! Hahahaha! 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 Ich wollte das nicht machen! Was jetzt kommt! Aber das ist ein bisschen eklig! Habe ich mir von dem FIFA-Profi abgeschaut! Hahahaha! Kannst du mir das beibringen, wo die Schittstück mal leg? Hahahaha! Hahahaha! Wer hat denn Tor? H Papa! Keine Ahnung, ich glaube Poe... Ah, nein, Nourie... Hahahaha! Die S*****! Aubameyang ist es das, fällt das Tor doch noch, die Chance So und jetzt die Chance, Pfosten aber es geht weiter, der wär gut Cristiano Ronaldo verliert den Ball Aubameyang ist es das, fällt das Tor doch noch, die Chance So und jetzt die Chance Ah ok, das ist seine Entschuldigung Guckt euch mal die Mauer an Guckt euch mal seine Mauer an Klipp nochmal Körperliche Veränderung, Freunde Hä, hier liegt eine L2-Taste Auf dem Boden Lol Ich schwöre mal, nee, ist der wildeste, oh guck mal, was passiert denn mit ihr da im Publikum Hä, ich kann nicht auf Pause drücken Lul, seht ihr das? Da unten läuft jetzt der Counter, da unten läuft der Counter von der Pause und ich bin nicht im Menü Alles klar EA Sports, es ist okay, ich habe alles gesehen in diesem Spiel Wirklich, ich komme nicht mal ins Menü Ich kann, nee Okay EA, euer Spiel ist einfach nur kaputt Da ist er Janen, Rashford, Doppelpack So komme ich jetzt vielleicht ins Menü, vielleicht zählt das Tor auch nicht, weil ich war ja noch in der Pause Keine Ahnung Ich weiß ja nicht, Gizmo, vielleicht kannst du nochmal einen kurzen Clip machen oder so Nein Bruder, was ist das denn? Wie langsam ein Tor, was? Ist das ein Tor? Ich habe aufgehört zu spielen Gegen den Kopf von Fandasa, dann kommt der runter Und dann geht er rein, Digga Ah, komischerweise Was? Was? Oh, was? 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 Was ist das denn? Jawohl. Nee, den macht er nicht. Oh nee. Oh, Jassau! Oh, ne, schau, schau! Was wollt ihr, Liga? Boah. Er darf kein Handley-Eigentor. Habt ihr das gesehen? Er spielt den Steilpass auf Neymar. Da ist noch gar nichts. Ich grätsch ihn weg. Neymar steht 10 Meter im Abseits. Und er passt ihm zu Neymar. Und dann schiebt er ihn rein. Ja, das ist wirklich scheiße. Hä? Hau das Ding auch nach vorne. Ja, nein, das reicht. Ja, ich weiß nicht. Mach ich eh, Juni. Schießen. Szene eher früher. König French. Absoluter Magic Moment hier im Stream. Danke, Sila. Klipp. Ey. Meine Spieler bewegen sich wie Holz. Das ist unglaublich. Wie kann er sich so bewegen? Wie kann das Geier sein, dass der den Ball auch weiterhin bekommt? Wie kann das sein, dass er den Ball zum vierten Mal bekommt? Ey. Mach einer einen Clip bitte davon. Ist so schlecht. Fragst du dich wirklich immer? Was soll du? Oh. Junge im Leben des Himmels, Alter. Ich kann nicht mehr. Ja. Ey. Ey. Oh mein Gott. Ja, neuer. Ach du heilige Scheiße. Klipp. Klipp, Jungs. Was soll ich machen? Geht mir nen Call. Wehe Mitte. Ich schieße in die Mitte. Ah, guck mal die Anzeige, Digga. Geil. Danke. Tiva Deutschland. Was geht? Du nur an dazwischen. Es geht mit dem Abschluss weiter. Rache, come on. Blass mir an der Sippie. Ja. Da hat er auseinandergebrochen. Boah. Noch in der Hose. Noch in der Hose. Mein Gegner schießt so ein Tor aus. Waran, du safer Kacken, ey. Waran ist so gut. So schlecht, Waran. Ich hasse Waran. Ich liebe Waran. Rechnen einfach mal einfach. Okay. Sechs. Wir gehen von oben, weil sonst komme ich durcheinander. Fünfzehn. Ähhhhhhh. Siebenzwanzig. Ich sage mich natürlich nicht blamieren. Ich sage mich natürlich nicht blamieren. Boah, das ist aber grad echt unschön, ne? Das Schlimme ist, man muss es halt spielen, weil... Ja, warum eigentlich? Klippdoss-Shit mit dem Klippdoss! Das Schlimme heißt doch auch unentschieden. Ja, aber du kannst doch nicht... Dann nimm doch zwei verschiedene Wörter. Nimm das eine Unentscheid und das andere... To... To... To signen. To signen. Zeichnen. 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 Scheiß drauf. Ey. Niemals ist das passiert! Niemals ist das passiert! Was ist das passiert? Hä? Baba. Hallo, mein liebherr. Der Herrschel kommt. Es ist ein neuer Video. Wieder so'n Pass. Reus! Schicksal... Ach... Geh! Geh! Was ist das? Was ist das? Die Trophäe. das stellt wieder auch jegliche hasswege zu und das ding von dem gegner wird einfach mal so autokorrigiert das ist einfach ein faires spiel skills sind halt sehr wichtig finde ich leider ja es hat leider kein gutes fifa wo man auch was habe ich da gerade sehen auf meinem bildschirm zu krass oh nein was vielen vielen dank vogel habt ihr das gesehen einfach an der terrasse vorbeigeflogen sturzflug so kurz am bildschirm vorbeigeflogen ohne spaß ihr habt ihn glaube ich gehört oder werne einfach treffsicherer wie auf das gegnerische tor was gonna be the key in the next game you have hashtag Tom coming up what's going to be your focus tactically I think I would play very different like my last game it's very important to save everything hinten bitte 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 ach man es wird mir wirklich erzählen ihr export warum er keine ball rollen macht verstehe ich nicht deswegen meine freunde immer ball rollen deswegen meine freunde nie die ballrolle machen oh mein gott oh mein gott oh mein gott sauber warte guck mal da unten oh mein gott was für ein sexy pass bruder sag was du willst der ist drin der ist drin der ist drin der ist drin also ohne witz was mit EA ne digga also da kann man auch keine verständnis zeigen macht er macht einfach keinen sinn macht einfach keinen fucking sinn guck es dir an also digga der würde mich auch immer ausknitten ach so bist du nicht live ja aber du bist noch live oder oh mein gott ich wollte aufnahmen starten falls ich was ziehe wie viele zuschauer hab ich 500 zuschauer mukai verzweifelt auf der suche nach einem 194er draft ok bpl argentina wenn jetzt nichts kommt ne jaaa was jaa hab ich dich 194 was 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 Junge ich wurde so gescannt da wollte sie mal ey was ey ey lass mich freistoß mal lass mich freistoß mal freistoß mal lass mich julian mach nicht Karsten Stahl gib ihn die Erde Karsten Stahl Karsten Stahl Arschl ich steh am Foss guck mal oben rechts oben rechts da seh ich dich gibt Karsten Stahl die Erde flank ihn rein da oben er ist so alleine ich mach ihn weg Ja, ich hab ihn gehalten! Ich hab ihn gehalten! Und das war's noch schon seit von dieser Episode Steel & No Und das war's noch schon seit von dieser Episode Steel & No Sie werden es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da Und das war's noch nicht! Und das war's noch nicht!